So, da sind wir schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich Spiele mit Freunden. Ich habe natürlich den Luca mitgeholt, ich lande im Pleißenpark. Das Ganze machen wir ganz schnell, einfach 5 Runden, direkt landen, direkt sterben, fertig. Dann habt ihr es dann ganz schnell rum. Natürlich, wenn ihr die Zeit habt, gerne auch noch weiterspielen. Desto länger ihr überlebt, desto schneller habt ihr natürlich auch die zweite Aufgabe gelöst. Nämlich, ich lebe länger als die Gegner. Ihr seht, da fehlen mir noch 300, aber das werde ich gleich easy im Solo-Modus dann machen. Da kann ich nämlich endlich mal fertig essen. Ich sage ja, heute ist ein bisschen stressig. So, Luca, wenn du willst, kannst du da los sagen, dann hörst du dich gleich wieder. Nein, ich sage jetzt nichts. Ah, Pickaxe-Kill hat nicht funktioniert. Das habe ich ja eben schon gemacht. So, jetzt noch die Frage, wie lange überlebt Luca? Ah, Luca ist auch tot. Ihr seht es oben links, Aufgabe ist geschafft. Zack, Drücken-Accessoire kommt. Ich gehe natürlich in die Lobby. Zack, zack. Ich sage ja, die Aufgaben sind ziemlich leicht. Und wenn ihr den Skin natürlich auch haben wollt, dann natürlich gerade oben rechts in der Infobox gucken. Dann seht ihr das Ganze auch. Und es gibt keine Einblendung davon, wie man die Gegenstände bekommt. Geht mir so auf den Keks. Zack, da ist das Back-Pling. Back-Pling? Warum heißt es nicht einfach Rucksack? Oder Rücken? Ja, doch, es ist so Rücken. Das ist verweih, weih. So, wie gesagt, wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Ich setze mich dann in die letzte Aufgabe jetzt, damit ich dann endlich auch den Skin habe. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.